hallo liebe kinder und liebe eltern hier ist die sandra aus dem entdecker land wie ihr seht habe ich hier vier entdecker kisten gebastelt einmal entdecke die feuerwehr entdecke märchen entdecke das wasser entdecke den wald ich möchte sie liebe eltern und euch liebe kinder bitten euch zu überlegen was wir in die kartons hinein tun können das können sein figuren materialien zum fühlen zum riechen fotos postkarten alles was die kinder schon wissen oder vielleicht gerne wissen möchten und wenn sie jetzt wachsen und größer werden auch wissen sollen über diese bis jetzt vier themengebiete ich freue mich auf ihre und eure kommentare unter dem video und dann wenn die kinder wieder da sind können wir gemeinsam die kisten befüllen und dann gemeinsam auf entdecker reise gehen bis dahin tschüss